Irgendetwas krasses kommt hier gleich, hier schreit doch die ganze Zeit einer rum. Ich will gar nicht wissen, wie riesig das Vieh hier ist, wenn jemand da unten wartet. Ja, werden wir bestimmt gleich noch rausfinden. Hey, wunderschönen guten Tag zu Dead Space. Hallöchen. Drei. Äh, wo ist der Nummer zwei jetzt? Hinten. Ja, das ist ein rundes Ding hier, hier gibt's kein hinten. Satz den Mülleimer. Du ziehst diesmal runter und ich... Moment, erstmal eben gucken, dass ich volle Muni hab. Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Ich zieh runter. Zack. Rechts und links gucken, Monster. Ich hörts schon, ich hörts schon, aber ich seh nix. Hm. Ich trau dem Ganzen nicht, dafür kommt gleich bestimmt was ganz fettes. Ich glaub auch. So, ich zieh runter, du machst. So, genau, guck mal, wo ist denn ich weg? Nein. Wie viel halten die denn bitte aus? Was? Hilfe. Was muss ich machen? Muss eh drücken, eh, eh. Boah, Alter, ich bin fast verreckt gerade. So. Jetzt können wir... Alter, ey. Nee. Können wir jetzt machen. Aber ich hab gar nicht... Ich hab nicht Play gedrückt, siehste, verdammt. Dann mach. Hier ist immer noch gespr... Ja, hab ich schon. Hier läuft noch jedes Menge... Hier liegt noch jede Menge Scheiß am Kumpel. Wir wollen doch nix verschwenden. Okay, okay, okay. I like, I like, I like. Ja, was war das? Was? Wo? Was? Hey, wir haben was. Der Übergang hat gerade gehört. Ja, jetzt muss ich nachladen, weißt du? Rosen, Logs, wir bleiben hier. Isaac, Carver, wir treffen uns an der Spitze. Alles klar. Wir sind noch mehr, noch mehr Leute. Boah, Junge, ey. Oh, da ist noch ein Leichnam, okay. Tsch, tsch. In Bearbeitung. Was ist das denn in Bearbeitung? Mach auf. Ihre Verbindung wird gehalten. Ich glaub, das dauert. Ich glaub, hier sind wir falsch. Ich hab das Gefühl, dass gleich wieder Bücher kommt. Oho. Ein Aufzug. Ne. Oh, oh. Awesome. Ein ganz geiler Aufzug. Da raus, ey. Schleppst du hier mit rein. Hm? Wird weg. Raus. Will er dich nicht haben. Wo? Da, da. Ich seh überhaupt nix. Da hinter mir nix. Komisch. Ich streng mal warten. Wie hast du das gemacht mit der Waffe? Was war da? Wey. Krass was geht. Auf, auf, auf zielen und control. Warte mal, auf control kannst du nicht voll die... Boah, Junge. Boah. Warte, 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 warte. Ganz cool, warte, warte, warte. Ganz cool. Die transformieren sich jetzt bestimmt oder so. Guck dir mal in die Augen, bitte. Hast du die Augen von der gesehen? Hm. Und das hier ist Jennifer Santos. Ist das nicht der beschissene Wichser von vorhin? Nee, oder? Stell dir mal ein Uniform vor. Der hat doch genau dieselbe Visage. Obwohl, das war 200 Jahre früher, ne? Hm. Stimmt, ja. 200 Jahre. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Alter, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Marker-Symbole gespürt. Die Antworten sind da drin. Ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlasst Isaac das Übersetz. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los. Wieso können wir die nicht einfach im Weltraum lassen? Wir brauchen dich mehr als ich. Pff. Klar, natürlich muss ich jetzt wieder da reingehen und... Sie hätten mich wegen Ellie und dem Captain warnen können. Niemandem schert ihr Liebesweg, Maul. Was ist das denn von der Scheiß? Was ist das weg? Ah, ich will das nicht. Ach so, das ist das wieder. Oh, ficken. Nee, will ich nicht. Das hier schon wieder. Ich verstehe das außerdem nicht. Aber da kannst du deine Waffen halt mit mir machen, ne? Upgraden, ja. Und ich verstehe nicht, wie. Sollte man dann einfach... Sollte man dann einfach... Ja, nicht super viel Munition hier wohl rum. Mal einen Plasma-Kern aufgesammelt. Ich mach jetzt doch nochmal. Ich probier's jetzt einfach mal. Ich leg das Ding mal da rein. Ich mach mal mit. Äh, ja. Ähm... Pläne... Aus neuen Teilen... Waffen herstellen. Plasma-Kern. Okay, jetzt hab ich was geschaffen. Du hast ne Waffe geschaffen, aber... Aber ich kann... Ah doch, man kann ja was herstellen. Plus einen nachladen. Hä? Ja. Ach so, ich hab zu großel. Ah! In der Mitte, bei dem... Punkt. Und wie... War das das für ne coole Waffe? In einem Safe abgelegt. Ich will... Aber nicht im Safe, wo ist mein Safe? Warte mal. Toll, jetzt hab ich... Lass angeb ich meinem Safe abgelegt, aber... Wo ist mein Safe? Ähm... Ja, toll. Keine Ahnung, was ich hier grade mach. Keine Ahnung, was ich hier grade mach! Hilfe! Objekt herstellen... Ah! Da ist ein Safe. Safe Inventar. Oh, hier hab ich voll viele Medikits und so. Hier sind die Dinger also. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier irgendwas erreicht hab oder nicht. Erfolg freigeschaltet. Knapp bei Kasse. Ach, jetzt muss ich eine Waffe damit ersetzen. Ja, hier hab ich doch billiges Maschinengewehr. Ich hab mein billiges Maschinengewehr aufgerüstet. Glaub ich zumindest. Ich müsste mein... Was nachladen. Schaden hinzufügen. Alter, wo bist du? Guck mal hier. Guck mal. Guck mich mal an. Achso, du kannst grad nicht. Nee, ich bin grade beschäftigt. Komplett, vielleicht weiter geht. Ich werde das ausprobieren. Warte. Warte. Irgendwie ist mein billiges Maschinengewehr jetzt nochmal ein bisschen anders. Moment mal. Kann ich das auch noch aufrüsten? Guck mal, ich hab's mir ne dicke Wurmer hab, Junge. Moment, jetzt bin ich wieder dran. Ähm. Boah. Boah. Oh, scheiße. Ah! Nee, geht's schon wieder. Wir wissen, wie du das gemacht hast mit dem Umsetzen. Ah, auf dem mittleren Mausrad. Boah, 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 boah. Ach, damit kann man nicht drehen. Rack, Rack, City, Bitch. Rack, Rack, City, Bitch. Ja, egal. Ja, guck mal, meine. Ja, meine. Zieh doch mal ein dicke Wurmer rein hier, halt. Ja, guck mal, so sieht mein normales Ding jetzt aus. Das ist jetzt meine normale Knarre. Cool. Dann aber hier. Rack, Rack, City, Bitch. Womit machst du denn das? Mit, ähm, Mausrad. Draufdrücken. Nicht draufdrücken. Oh. Aber mit Mausrad drücken. Ja, ich sehe. Ich verstehe. Ah, das kann ich auch. Was ist jetzt für ein cooles Ding an? Ja, guck mal hier. Die andere Waffe sieht bei mir so aus. Das ist die normale MG von vorher. Krass. Ich hab jetzt nur die Wumme hier. Egal, weiter. Wir haben jetzt schon wieder 5 Minuten verschwendet für gar nichts, ey. Wo müssen wir hin? Also so Warnungsteil können wir nicht. Das heißt, wir müssen... Wie, wir müssen wieder zurück? Naja, kann nicht. Aber doch, müssen wir. Oder ich muss. Ja, doch. Oder wir müssen beide zusammen? Los, benutzen hier die Kräfte, los! Was? Ich fürchte nein. Der war ja... War ja voll, äh... Umsonst. Es passiert im Moment so viel... Also Norton, ja? Das ging ja schnell. Boah, ist halt eng hier drin, ey. Die Kameraperspektive ist ja richtig schlimm. Voll eng, ey. Verdammt richtig. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder fehlest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, mir geht's um Leben und Tod. Oh, oh. Oh, deine Hilfe sind hier geliefert. Also? Als ob ich ne Wahl hätte. Nee, ist nicht im Ernst, oder? Perfekt. Und jetzt? Nee, wir sind hier unter der Decke. Also irgendwas ist über uns da. Kann nix reinkrabbeln. Jedenfalls sollte hier nix reinkrabbeln. Und Boden? Was? Was ist das? Ich sehe nix, weil du nicht weiter gehst. Alter, nee, ne? Wo denn? Wo schießt du denn drauf, da? Nee, geht schon mal nicht weiter. Ach, ich sehe schon, worauf er hinausläuft. Ach so, du machst das. Nee, wer macht denn jetzt hier was? Oh, oh, weil du glaubst, was jetzt für Viecher kommen? Wow. Oh. Oh, ne, ey. Ist das... Boah, sind wir gut. Boah, jetzt müssen wir jedes Ding wieder abgrasen. Mann. Bist du sicher, dass da die richtige Richtung ist? Oh, Vorsicht Scheiße Wow, was, wo? Ich höre was Ich höre was Wo ist das? Alter Ich habe voll Angst Hörst du das? Ähm, das war zu früh Alter, da Aua Bin direkt hinter dir Sehr gut Alter, was ist das für ein Scheiß? Wer schreit denn hier so rum? Hör ich irgendwann rum? Ja, hörst du doch nicht Oh Hä, was denn jetzt? Hä? Wow Aber die Knarre ist echt krass Meine Waffe ist leer Was hast du für eine Raupe deine mit? Los Schon unterwegs Irgendwas krasses kommt hier gleich Hier schreit heute die ganze Zeit einer rum Ich glaube gar nicht wissen, wie riesig das Viech ist Dass jemand da unten wartet Ja, da werden wir bestimmt Bestimmt gleich noch rausfinden Okay Aber wir müssen dann jetzt wieder Ah ja, nee So richtig Du mal zuerst? Ja, ja Ähm 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 Tod Ähm 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 Jo, erstmal abgreaven Alter, wieso hab ich denn jetzt so einen komischen roten Hebel am Hinterkopf? War der vorhin auch? Was hat der denn? Vollwindig Hä? Äh, wir müssen jetzt aber nicht durchfliegen, oder? Ah doch, wir müssen das mit Stase verlangsamen Lade dich mal auf Hä, was? Lade dich mal auf Du kannst doch auf ein Ziel drücken Und dann drückst du C Und dann verlangsamst du das Da Ja, und jetzt? Ja, springen, springen, springen Alt, ohne jetzt Turbo Alt, 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 alt Turbo lauf Und los geht's Warte noch, warte noch Dann brauch ich den Turbo nicht benutzen Wie geht der nochmal? Ich hab das schon wieder vergessen Auf C Warte, ich mach schon, ich mach schon Komm, durch, durch, durch nein Boah Boh Torbo. WCF. Kiste, Kiste, Kiste. Scheiß auf Kiste. Alter. Klar, ey. Ich glaub, die sind schon tot. Hast du mal nicht wiederhauen? Ich? Wieso? Nö, ich doch nicht. Musste sein schon. So, ich bin jetzt Leiterwürf. Warte, du bist schon um. Ich komm. Fortschritt wird gespeichert. Sehr geil. Also, aus allen Spielererfahrungen hab ich ja gelernt, da wo gespeichert wird automatisch, kommt danach was krasses. Wir sind bei 14 Minuten. Sollten wir eben Cut machen? Ja. Ja. Ähm, dann komm mal her. Warte, warte. Ich musste gerade was kaputt machen. Ich auch. So, Leute. Dann danken wir euch fürs Zuschauen. Bis später. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüßen. 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 Tschüßen.